Klara bohrte ihren großen Zeh in den warmen Sand und sah den feinen Sandgörnern zu, wie sie sofort nachrieselten und sich um ihre Haut schlossen. Ihr Zeh war weg, ganz wie ihr früheres Leben. Klara hatte sich aufgesetzt, die Arme um ihre nackten Beine gelegt und ihr Blick glitt hinüber zu Andres Füßen. Er hatte schöne Füße, einen ausgeprägten Spann, die Zehen gleichmäßig, Männerfüße, die man gern betrachtete. Andres schlief. Zärtlich betrachtete sie ihn. Sie hätte nie gedacht, dass sie für einen Mann noch einmal so würde empfinden können. Sie waren am späten Nachmittag von Puerto Portals aus hierher gefahren. Als Einheimischer kannte Andres jeden Winkel von Mallorca und hatte sie zu diesem einsamen Strand geführt, der tief in eine Felsenlandschaft eingebettet, ein seltenes, vom Tourismus noch unentdecktes Kleinod war. Es waren diese wenigen Stunden, die sie sich davonstahlen, wenn der mittägliche Ansturm im Restaurant vorbei und bis zu den Abendstunden noch Zeit war.